Wie ist die Lage? Hier ist es. Hier ist das Tor zu Teslas Fabrik. Subov hat zur Verteidigung hier eine Basis errichtet. Die ist unser Hauptziel. Verstehe. Was ist das? Zwei kleinere Basen. Wir müssen ständig ihre Angriffe abwehren. Wie lange ist Subov schon in der Fabrik? Zu lang. Anakos, eine unserer Agentinnen, hat versucht, ihn zu töten, als wir nicht reinkamen. Leider wurde sie gefasst. Wir denken, sie wird hier festgehalten. Gut. Wir richten uns hier ein und werden sie so bald wie möglich entlasten. Sie müssen nicht länger allein kämpfen. Schnell. Wir wissen nicht, was die vorhaben. Baut eine Basis auf. Errichtet eine Verteidigung. Und findet so viele Ressourcen wie möglich. Neues Primärziel erhalten. Raus damit. Natürlich. Neue Befehle. Bereit für Befehle. Mit schaisonischer Präzision. Truppen bereit. Befehle erhalten. Ich höre. Sollte kein Problem sein. Klingt nach nem Plan. Rieder hier. Sechse. Ich nehme an, ich werde gebrannt. Hier sind zahlreiche Ziele. Ich mach mich auf den Weg. Diese Mine ist gesichert. Warten auf Anweisung. Das ist für Graz, Saxonies. Mine gesichert. Abbau erfolgt. Bau abgestimmt. Kommen Sie voran von Duisburg. Wir könnten Hilfe gebrauchen. Wir arbeiten dran. Halten Sie durch. Achtung. Befehlen. Pioniere bereit für die Arbeit. Wir geben uns zu den neuen Kronenhafen. Maschinen auf voller Leistung. Ja. Auf der Stelle. Ein leichtes Ziel. Gebäude Upgrade abgeschlossen. Rieder hier. Nehmen Sie Aufstellung. Von Duisburg. Wir brauchen Hilfe. Wir können Sie nicht länger aufhalten. Ich weiß. Ich weiß. Erledigt Sie. Je mehr Luft wir der Kavallerie verschaffen, desto besser. Angriff. Es gibt hier nichts zu sehen. Ja. Jeder nimmt was mit. Neue Befehle. Kieler. Wie kann ich helfen? Gibt's neue Informationen? Nach da drüben? Raus damit. Sturmtruppen bereit. Ich will sie inszenieren. Wie Saxonier kennen. Kieler. Bereit. Kieler. Alle antreten. Wir werden bald weitere Truppen versorgen können. Hä? Ganz recht. Gunther von Duisburg hat euch mal wieder den Arsch versohlt. So sollte ein saxonischer Soldat sich trotzdem nicht freuen, Gefreiter. Ich spreche nur aus, was alle denken. Durchhalten, Brunhilde. Sie wird besser sein als je zuvor. Befehle. Wir sind hier. Mehr Öl und das Empfehlen, um anzutögen. Wie ein Zwangscha-Arz zu reisen. Wie geht's weiter? Auf dem Weg. Dann ersucht nur, durch meine Panzerung zu kommen. Brauchen Sie Öl. Das Hebel geht nicht mehr. Ich bin auf dem Weg. Die Reune hat wohl abgeschlossen. Das Zugang zum Empower-Arsenat wurde erweitert. Ein Held ist außer Gefecht. Ich will Pioniere unter die Schuhe. Ich will sie aufhalten. Pioniere haben für die Arbeit. Was benötigt das Imperium? Verstanden? Mehrere Feinde ausgemacht. Hier wird's aufgemacht liegt. Wir haben Ehrenvoll... Hä? Ich brauche meinen Plan. Ich erledige Sie. Ein Gegner hier drüben. Ein leichtes Ziel. Sturmtruppen bereit. Dann mal los. Werden wir lange da drin sein? Es gibt hier nichts zu sehen. Panzereinheit erwartet Befehl. Feindliche Einheit ausgemacht. Schreiter bereit. Ich halte die Augen nach Herange offen. Auf der Stelle. Wir sind bereit. Unterwegs. Vorsicht auf der Brücke. Da steht Artillerie. Die müssen wir loswerden. Das wäre hilfreich. Machen wir unseren polanischen Freunden den Weg frei. Sofort! Alle rein da. Warten auf Anweisung. Schluss mit dem Versteckspiel. Wir arbeiten uns vor. Wie kann ich helfen? Wenn es der Sache dient. Ich höre. Bin unterwegs. Sehr pröster. Wir sind hier, um zu dienen. Wir werden es bauen. Ja. Sturmtruppen bereit. Aber immer noch die Beste. Dann mal los. Wir brauchen Maschinen. Lieber schnell reparieren. Nicht auf mich. Brunel. Bewegung. Eine große Bewegung. Ich bin bereit. Alarm treten. Schweres und Nelsikowski melden sich bereit zum Dienst für das Heimatland. Etliche Feindeinheiten entdeckt. Raus damit. Ich bin zurück. Bewerten wir die Lage neu. Sagen Sie uns einfach neue Feinde. Ich lauere in den Schatten. Neue Befehle. Unser Maschinengewehr ist zu bestrafen. Maschinengewehr besorgt. Von Hilda hat mich zurückgebracht. Bringt das MG in Stellung. Sie wird besser sein als je zuvor. Brauchen Sie eine Panzereinheit? Bau abgeflossen. Ein Franz-Exoskelette werden angefordert. Wir sind stets bereit. Von Hilda läuft perfekt. Strukturelle Integrität wiederhergestellt. Bereit. Lieber schnell reparieren. Und wie das funktioniert. Ich werde das hier zu Ende bringen. Ich mach mich auf den Weg. Wir haben einen Gegner gesichtet. Guter Plan. Gehen Sie uns ein Ziel. Das sieht gemütlich aus. Wie kann ich helfen? Nichtsoskelette. Eine Truppe verbindet. Meine Kameraden. Meine Truppe angegriffen. Bereit zum Einsatz. Flucht ist keine Option mehr. Bring die Kanone in Stellung. Buckle sie es ab. Ich werde sie aufhalten. Unmöglich ist es. Halt, still! Ein Held ist außer Gefecht. Feindliche Einheit ausgemacht. Gibt's neue Informationen? Erwarte Befehle. Zielposition bestätigt. Werkstatt hier. Dafür sind mehr Ressourcen erforderlich. Schreitersammelbereich verlegt. Was ist mein Ziel? Brauchen Sie eine Patze einhalten? Mal antreten. Schweres Maschinengewehr wird gebaut. Still unter Beschuss. Feindlich Befehle. Grimdeltier. Schicksal, die kann auf nichts sein. Kameraden. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich sehe das Ziel. Machen wir dem mal Ende. Ja! Wie kann unserem Geesexen nicht dienen? Was ist? Sie nehmen mich ins Gesicht. Gehe, komm! Sie werden kaum etwas spüren. Ich habe sie zum Schmeister. Ich erledige sie. Pochon, waschwoll! Achtet, sie werden kaum etwas spüren. Die wollen mich wohl unbedingt trug sehen. Arretiertes M.G. Schreiter bereit. Jawohl. Ziel an Visier. Ich bin ganz froh. Politik! Wir hatten aber einen Zug versteckt. Hörst du das Feuer? Das Leben des Gottes in Bildung. Was ist mein Ziel? Nehmen jetzt. Hörst du es messen? Eine Befestigung weniger, um die wir uns sorgen müssen. Ich höre. Für die Heimat. Unsere Waffen sind bereit. Beeilung. Verstanden. Bereit für einen Feldversuch. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Werkstatt hier. Das Leistungsvermögen unserer Werkstatt wird erhöht. Jeder Mann und jedes Pferd ist bereit, seine Pflicht zu erfüllen. Einsatz bereit. Geben Sie uns ein Ziel. Es gibt hier nichts. Ich bin bereit. Stehen wir nicht untätig hier. Sieht nach einer guten Stelle aus. Was hat oberste Priorität? Ich höre. Mehrere Feinde ausgemacht. Ein Geist da drüben. Der ist ein Geist da vor. Der Trupp wird angegriffen. Und Hilde läuft perfekt. Aber die länderische Truppen nähern sich. Wir können alles reparieren. Sie Aufstellung. Feindliche Einheit ausgemacht. Stehe und ein Feindbeschuss angefordert. Grenadiere werden ausgemacht. Beude Upgrade abgeschlossen. Unser Zugang zum Imperialen Arsenal wurde erweitert. Feindliche Einheit ausgemacht. Neue Versuchung. Was sind die Gewehrbesatzung bereit? Bringe mich in die Geist. Exoskeletter. Mehrere Feinde ausgemacht. Bereit für einen Feldversuch. Zeit für einen Feldversuch. Eine unserer Trupps ist gefallen. Und Hilde läuft perfekt. Sie schießen auf uns. Mehrere Feinde ausgemacht. Eine unserer Ereignisse ist in den Veteranenraten aufgestattet. Wir haben ein Waffensystem verloren. Einer unserer Trupps ist gefallen. Auf der Stelle. Wir werden beschützt. Wir haben ein Waffensystem verloren. Wir stehen bereit, den Feind zu vernichten. Bereit für einen Feldversuch. Ein Ohne wird beschossen. Feindliche Einheit ausgemacht. Erwarte Befehle. Regere hier. Befehle. Los jetzt. Die Beile auf den Leichen. Sie nehmen sich aufs Korn. Wir haben die Basis erreicht. Brunnhilde läuft perfekt. Erfassen Sie. Los. Die Beile auf den Leichen. Die Beile auf den Leichen. Los. Es ist witzig. Die Beile auf uns. Die Beile auf die Beile erden. Ich will jetzt gegen dich! Ich... Ich mach mich auf den Weg! Ich mach mich auf den Weg! Meine Tage! Ich mach mich auf den Weg! Wir sind stets bereit! Pioniere bereit für die Arbeit! Wir können alles reparieren! Tut der Feind beschützt! Auf uns zählen! Da geht's lang! Yeah! Wir werden es tun! Jawohl! Angriff! Frieda hier! Sag zurück zur Basis! Erwarte Befehle! Greif hier! Das Gebiet ist jetzt sicher! Jawohl! Ich hab schon den Führer für das Einbau! Das heißt, wenn er geschlagen wird! Imperiales Eislauf steht bereit, um einst und schenken, unter dem Feind zu verraten! Neue Befehle? Wir sind stets bereit! Wir sind stets bereit! Panzereinheit erwartet Befehle! Angriffsbefehl bestätigt! Bereit für Befehle! Brunnhilde läuft perfekt! Brunnhilde und ich rücken aus! Einsatzbereit! Natürlich! Gegnerische Einheit in Sicht! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen! Hier, um zu dienen! Ich nehme an, ich werde gebraucht! Ich halte die Augen nach Ärger! Mutern bereit, den Feind zu nehmen! Wieder hier! Vier hin! Sagen Sie uns, was ihr tun sollt! Unsere Waffen sind bereit! Wir sind stets! Sammeln wir diese Materialien ein! Wir raten auf Anweisungen! Ich habe hier reichlich Feindbewegung geschafft! Das sind gemütliche Reiter bereit! Werkstatt hier! Wotan Kampfmeck wird bereitgestellt! Pioniere bereit für die Arbeit! Brunnhilde läuft verschwindet! Wir werden sich aufgeben, um zu verteidigen! Exoskelette bereit! Granaten sind die Lösung für jedes Problem! Wie kann ich helfen? So schnell mich meine Beine tragen! Mutern bereit, den Feind zu dezimieren! Wir werden hier! Vier hin! Wir werden hier! 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 Was ist? Granatieren! Mutern hier! Was gibt es zu tun? Sagen Sie uns, was wir haben! Die sind so gut wie tot! Ich nehme meine Fülle! Diese alte Horde! Zubeißen! Wir sind stets bereit! Bereit für Befehle! Niemand baut massiver als wir! Wir sind hier, um zu dienen! Wir können alles reparieren! Sofort! Bereit für einen Feldversuch! Granaten sind die Lösung verstanden! Ich werde das hier zu Ende bringen! Ich sehe! Frieda, ihr Feinde! 100 Tonnen Eisen auf dem! Also los, altes Mädchen! Wie kann ich das? Begeben! Bereit für einen Schicksal! Sofort! Weiter! Beseitigen! Böchse! 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 Mein Held ist auf seine Fecht! Böchse! Der Maße! Ist die Richtung zu Mett! Böchse! Fülle! Opa! Boa! Böchse! Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren, um sie verteidigen. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren, um sie verteidigen. Wir haben einen kleinen Feldversuch. Ich kann mich noch nicht drauf sein, für einen Feldversuch. Was benötigt der Kaiser? Erfahrt es nicht. Sie wird besser sein, als ich höre. Erfahrt es nicht. Tod sehen. Blutwasser für den Land. Wir brauchen eine Rzeuge. Befehlen. Ich bin überlegt. Ich bin überlegt. Ein Hand ist aus dem Fenster bestätigt. Das ist alles bereit. All dieses Hadernirmec hier. Das Ziel ist durchheim都99. Kundebier. Bescheidet haben Sie sehr geholfen, um sie zu fliegen. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Bereit für Befehle. Schoskelete werden bis auf sie. Schreiter soll man bei ihr verlegt. Fein zu den Zivilen, weit gesichtet. Maschine nur voller Leistung. Dornaten sind unbefohlen. Sie befehlen. Wir sind unter uns. Wir können alles reparieren. Sammeln. Wir sind bereit für die Schwacht. Wir sind bereit. Wechseln die Position. Bereit für ein Feldversuch. Vorsicht beim letzten Schritt. Mit denen keine Aufgabe ist. Letztliche Ziele identifiziert. Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen. Ich kann das reparieren. Bunker hier. Eine andere Waffe könnte uns weiterhelfen. Droh, Teil und Gewiss. Turr ist bereit. Verbreit. Ich bin bereit. Du bist ein großer Geist. Der ist. Wir fahren hier. Wir sind stets berhauf. Es ist in den Veteranen-Rang aufgestiegen. Die bewahrten Befehle hat noch ein paar Tricks zu sagen. Wir sind stets bereit. Sagen Sie, unser Feindbeschuss! Eichnanzel hat neue Befehle aus. Der einzige wahre Arzt. Ich höre! Entdeckt! Sie ziehen ihn auf Empfang! Sie kriegen unser Beschuss! Wir sind hier, um zu dienen. Jawohl! Zielposition bestätigt. Bereit für Befehle! Das sieht ziemlich übel aus! Wir haben eine Gefangene. Wir haben eine Gefangene. Und was jetzt? Ich lauere vorher etwas meine Aufmerksamkeit. Begebe mich zum festgelegten Ort. Wir sind stets bereit. Werkstatt hier! Grimbad ist unterwegs. Bereit für Mission zur Teilung. Erwarte Befehle! Exoskeler-Treffer! Erfordert etwas meine Aufmerksamkeit! Grimbad ist hier an! Wir stecken die Kammfläche vor! Wir sind dann bereit, den Feind zu dezimieren! Der Land von Duisburg bildet sich zurück! Ich nehme an, ich werde gebraucht! Ich habe die Aufmerksamkeit in der Erde gefunden! Glauben wäre ich gebaut! Warte! Wir sind in Bereitschratt! Was will das zu tun? Die nehme ich! Wir haben die Basis erreicht! Sagen Sie uns, was wir tun sollen! Bereit für Befehle! Erziehe mich jetzt zurück! Ich höre, einsatzbereit. Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen. Der Kaiser kann auf uns zählen. Ich werde das hier zur Ende bringen. Er hatte Befehlungen vor wie Befohlen. Bereit! Was benötigt der Kaiser? Bereit! Ich wollte Brunnhilde schon immer mal im Kampf testen. Sie wird besser sein als je zuvor. Ich soll für Befehle. Da geht's lang. Ich erwarte Befehle. Wie kann ich helfen? Ich bin bereit. Brunnhilde läuft perfekt. Bereit! Wir wollen der Upgrade abgeschlossen. Brauchen Sie eine Panzereinheit? Vorgang abgebrochen. Unterkampfmeck wird bereitgestellt. Durchhalten, Brunnhilde! Brunnhilde und ich warten aus! Wir sehen den deutschen Bereich. Wieder hier! Halt in Sicht! Flugbahn wird berechnet. Mehr Feindler. Wir halten auf dem Weg. Die Welt wird beschaffen! Ich bin hier nach dem Feuer! Ich will ihn zeigen! Ein Saxonier-Kennen! Sie nehmen mich aufs Kumpel! Sie nehmen mich aufs Kumpel! Wie kann ich helfen? Ich werde sie aufhalten. Achtet auf mich. Ich lauere in den Schatten. Auf der Stelle. Versuchen Sie es nicht. Wieder hier. Maschinen auf voller Leistung. Einwortebefehle. Eliminiert. Und hinlös perfekt. Volle Kraft. Volle Befehl. Euer Befehl bestätigt. Wir sind hier, um zu dienen. Wechseln die Position. Rieder hier. Eröffnung. Ich höre. Position bestätigt. Wir werden es hier zu Ende bringen. Was? Da halten Sie Ihre Schützchen fest, nicht wahr? Ja. Anna. Sie zu retten kann leicht den Sieg bedeuten. Ich denke, Sie übertreiben. Sie haben Anna und Deutek noch nicht kämpfen sehen. Beide versuchen. Bereits. 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 Wir machen uns auf den Weg. Bereit für Befehl. Wir behören. Gegner bei Brunede. Sie wird besser sein als je zuvor. Anruf. 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 Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb. Anna, alles in Ordnung? Ja, dank Ihnen. Darf ich vorstellen? Gunther von Duisburg und, ähm... Olga Morozova, eine Freundin Ihres Bruders. Warum kämpfen Sie auf unserer Seite? Die bessere Frage wäre, warum erst jetzt? Wir haben einen gemeinsamen Feind, Zubov. Und was immer er da drin treibt, wir müssen ihn stoppen. Musik in meinen Ohren. Worauf warten wir? Äh, hallo? Ich bin Frieda. Freut mich. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrack aufgestiegen. Bekommst du, was meine Aufmerksamkeit? Ich nehme mich aufs Kopf. Wir haben schon Schlimmeres gemacht. Bestraft sie wieder. Bereit. Greifen jetzt an. Spucken Sie es aus. Ich bin bereit. Große Siege bauen auf Kleinen auf. Schwere Panzer-Einheit bereit. Ich bin unterwegs. Angriff. Eine unserer Veteranen-Einheiten ist in den Elite-Rack aufgestiegen. Hörst du, kaputt zu machen. Gegner beseitigt. Der Kaiser kann auf uns zählen. Sehr gerne. Erwarte Befehle. Ich werde das hier zur Hände bringen. Was benötigt der K... Mehrere Feinde ausgemacht. Was gibt es zu tun? Wie kann ich helfen? Bereitshaft für die Befehle erfasst. Exoskelette. Belebt. 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 Feindliche Einheit ausgemacht. Belebt. Belebt. Schwerer Fallstheilheit bereit! Schwerer Fallstheilheit bereit! Wir haben die Schreise ausgeliefert. Wir haben die Schreise ausgeliefert. Ein Heim ist aufgeliefert. Wir haben das so schnell. Der Fall hat unsere Schreise ausgeliefert. Wir haben die Schreise ausgeliefert. Wir fehlen. Sie will nicht in die Schreise ausgeliefert. Wir sind in die Schreise ausgeliefert. Brauchen Sie eine Parzereinheit? Maschinen-Sammelpunkt festgelegt. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Wir sind stets bereit. Beblendung heroben. Wir haben die Schreise ausgeliefert. Wir sind in die Schreise ausgeliefert. Wir sind in die Schreise ausgeliefert. Zertapfert mit neuen Zielen. Ein Geräusch hat uns gefallen. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Ich stehe unter Beschuss. Raus damit. Ich werde das Vier-Thread für meinen... ...die Neuzen zu fassen. Warte Befehle! Verbammt! Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Der Kaiser kann auf uns zählen. Wir haben schon immer... Wir haben schon immer... Wir haben schon immer... ...wohler... ...weil! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Ein Held ist in den Rang aufgestiegen. Ein Held ist in den Rang aufgestiegen. Feindliche Einheit ausgemacht. Ein Held ist in den Rang aufgestiegen. 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 Einsatz bereit! Ich sehe einen! Mehrere Feinde ausgemacht! Frohe, die ich gebraucht! Bestätigt! Bereit für Bundesregierung! Wir bringen die Pannvereinheit auf den Beschuss! Polucci! Ich bin Stiefmutter mehr als die Kalis! Mehrere Feinde ausgemacht! Mehrere Feinde ausgemacht! Die wollen nicht verschwunden! Sie sind in den Rang aufgestiegen! Der Feind versucht, unsere Miene zu erobern. Wir haben eine gekallte Miene. Ach, ruhig halten! Wie kann ich helfen? Dieser alte Hund kann noch zubeißen. Sprechen Sie! Wir haben eine gekallte Miene. Wir haben eine gekallte Miene. Wir haben eine gekallte Miene. Ach, ruhig halten! Wie kann ich helfen? Dieser alte Hund kann noch zubeißen. Eine unserer Veteraneneinheiten ist in den Veteranenrand aufgestiegen. Für meine Kameraden! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrand aufgestiegen. Erfordert, dass man auf Einsatz wird! Dann suchst du, durch meine Grenzerung zu kommen! Ruf, wer nicht gebraucht! In Bewegung! Wir werden die Kaffee tot! Wir werden die Kaffee aus! Auf Empfang! Gut dann hier! Wir werden die Kaffee mit uns in der원. Sp fussivt. Lasst mich nicht! Schmerz, weißt du! S UFC-Suku-Bans! Mit sich zu machen! Jaaah! Abt Cakeleiter! Schmerz, weißt du! Gott ist außer Gefecht. Was für dich nicht schlägt! Todisch! Wir brauchen Irschlag! Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Erfordert etwas meine Aufmerksamkeit? Wir haben die Verbreitung verloren! Wir haben die Einheit losgemacht, um eine unserer Materialien anzunehmen, die in der Luft hat ausgestiegen. Gibt's neue Informationen? Steht mir damit angegessen! Sammeln wir diese Materialien ein. Einsatz bereit. Brunnel läuft perfekt! 100 Tonnen Eisen auf dem Weg! Also los, altes Mädchen! Bereit für Befehle! Ich höre! Mehrere Feinde ausgemacht! Für die Heimat! Wir warten auf... Jeder nimmt was mit! Wir werden hier und vor jedem... Versuch! Ich kümmere mich drum! Erwarte mir da! Tätig hier rum! Was hat oberste Priorität? Wir sind hier und zu dienen! Ich komme wieder! Ich nehme an, ich werde gebraucht! Geben Sie uns ein Ziel! Pioniere bereit für die Arbeit! Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Wir haben eine gepanzerte Einheit verloren. Auf dem Fallbeschuss! Ich bin hier und zu dienen! 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 Einige, zwei, zwei, drei Menschen! Warnenrang aufgestiegen! Bereit für Befehle! Erfordert etwas meine Aufmerksamkeit! Frieder hier! Maschinen auf voller Leistung! Befestigung bereit! Ich bin bereit, das Imperium zu vertreten. Brunhilde läuft perfekt. Vorsicht beim letzten Schritt. Frieder hier. Brunhilde und ich rücken aus. Geben Sie uns ein Ziel. Wir sind still. Ich kann das reparieren. Nicht genug Platz zum Bauen. MG Schützen hier. Ein guter Ort für unsere MG Schützen. Kavallerie erwartet Befehle. Jawohl. Bereit für einen Feldversuch. Kvotan erwartet Befehle. Kvotan bereit, den Feind zu dezimieren. Befestigung bereit. Begebe mich zum festgelegten Ort. Gibt's neue Informationen? Zapraster. Der Kaiser kann auf uns zählen. Da geht's lang. Niemand baut massiver an hier. Frieder hier. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Bereit für einen Feldversuch. Wir sind hier, um zu dienen. Wir beheben die Schäden. Gibt's neue Informationen? Rückstatt hier. Furtan-Kampfmeck wird bereitgestellt. Stets wachsam. Frieder hier. Brunhilde und ich rücken aus. Brunhilde läuft perfekt. Die Pumpe gehört jetzt uns. Ich bin bereit. Es gibt hier nichts auf dem Weg. Imperiales Eisen steht bereit, um Angst und Schrecken unter dem Feind zu verbreiten. Einsatz bereit. Klingt nach einem Plan. Der Kaiser ist wieder in Ordnung. Zapraster. Ich sehe hier ähnliche Falten. Der Kaiser kann auf uns zählen. Niemand baut Befestigung wie wir. Wir sind hier, um zu dienen. Ich bin bereit. Aber wir fehlen, das benötigte Kaiser. Mehrere Feinde ausgemacht. Ich lauere in den Schein. Bescheid für einen Feldversuch. Also los, altes Mädchen. Wie kann ich helfen? Gibt's neue Informationen? Befestigung bereit. Befestigung bereit. Gegner in Sicht. Feindliche Einhörungen. Was man ihnen nicht will. Ich bin bereit. Antisverlöse, der Kaiser. Spreng die Hörer los. Eine unserer Einheit, die ist in den Veteranenrand aufgestiegen. Und der Feindgeschoss. Was will ich tun? Wir sind stets bereit. Es gibt hier nichts auf der Künfte, aber gut. Stets wachsam. Wir sind bereit zum Aufbruch. Wutan bereit, den Feind zu dezimieren. Erfordert etwas meine Aufmerksamkeit? Bin unterklingt nach nem Plan. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Brunhilde läuft perfekt. Maschinen auf... Sie wählen mich jetzt wie wir. Gibt's neue Informat... Befehle. Endliche Ziele. Ich höre. Das ist alles. Bedefung. Das Ziel zu beseitigen. Ja klar. Du siehst ein großes Ziel. Die Siebbel ist tot. Nein. Aber ich bin nicht am Argen. Ich bin nicht am Argen. Komm. Hey, ich bin nicht am Argen. Ich will sie auf. Jawohl. Und der Druckungsfeuer. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Quota, wir sind in einem recht kurzen Prozess. Ich höre. Für die Heimat. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranenrang aufgestiegen. Alles scheint bereit. Sie wird besser sein als Wurz. Was macht die Wurz im Feuer? Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen. Urtein bereit, den Feind zu dezidieren Raketen ab. Und hier in der Fettenschule. Diese Wurz hat nur über Tricksauflage. Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen. Urtein unter Beschütz. Ich werde das hierzu rausziehen. Ich bin bereit. Bereit für Befehle. Gegner in Sicht. Ziel erfasst. Wir haben schon schlimmer. Empfang. Einstanzer bitte, Ziel zu weisen. Position bestätigt. Durchhalten, Brunhilde. Zeit für einen Feldversuch. Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen. Zahm rettigiert. Sie haben beschlägt. Aus dem Netz schreitet. Existiert. Unter mir. Was für ein Läden. Kampferanz. Die Panzer-Einheiten ist in den Mittellern. Aufgrund gestürmt. Für die Hilfe. Ihre Panzer-Einheiten bereit. Die Panzer-Einheiten bereit. Wir brauchen hier mehr als Pistolen. Brauchen Sie eine Panzer-Einheit? Wir können momentan keine weiteren Truppen versorgen. Es ist ein Läden. Wir müssen hier in den Pfingst. Es ist ein Läden. Es fordert etwas meine Aufmerksamkeit. Ich höre Befehle. Wir brauchen die Schreise. Aufmerksamkeit. Wir brauchen die Brustreine. Wir brauchen die Brustreine unter Bischof. Es ist ein Läden. Wir brauchen die Gegner der Scheinheit. Ich lauere nicht. Ich bin ein Läden. Das benötigt der Kaiser. Wir brauchen die Brustreine. Wir brauchen die Brustreine. Wir brauchen die Brustreine. Wir brauchen die Brustreine. Erwarte Befehle! Eine unserer Veteranen-Einheiten ist in den Elite-Rang aufgestiegen. Wir müssen das Imperium zu ver... ...durchhalten! Ein Glutier! Wechsel den Kopf nicht sehen! Ich... Ich kann das reparieren! Aufmerksamkeit! Alles wieder in Ordnung! Ich denke schon... Ich bin schon... Wir drücken hier die Lage noch. Wir machen uns von hier aus keinen Ärger mehr. So haben wir etwas Spielraum, um uns endlich um die Hauptbasis zu kümmern. Koordinaten bestätigt! Unser Feind geschlossen! Der Kaiser-Kabir haben schon Schlimmeres repariert. Wotan bereit, den Feind zu den Hüllenfeuer los! Allzeit bereit! Ich knöpfe sie mir vor! Erwarte Befehle! Versuchen Sie es nicht wieder kaputt zu machen! Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen! Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen! Ich bin unterwegs! Pioniere bereit für die Arbeit! Erfreit! Ich höre! Ich bin bereit! Erwerb! 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 Ich bin ein Schuss, aber ich bin ein Schuss. Wir sind uns aber gerade in einer Zeit mit den Elite-Rand aufgestiegen. Ohne Tolle unter Beschütz! Tolle schutz, wir werden hier! Voll! Angriff! Manche Bedeckung! Ich sage es mal hier! Wir haben eine gewandte Zeit, eine Verlohung. Wir werden sie auf! Wir werden sie hier! Schwiegen die Anzeige! Reichweite! Wirkstatt hier! Wir können momentan keine weiteren Stimmen einsorgen. 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 Wir beheben die Schäden. Bunker hier. Pioniere bereit für die Arbeit. Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen. Wotan bereit, den Feind zu dezidieren. Warte, Befehl! Anmerksamkeit! Bunker hier! Sucht euch ein großes Ziel! Ich will sie auf! Die Hölle los! Ich will das Imperium zu verteidigen! Puffet sie's aus! Geistlicher Druck wurde hinweggefegt! Für meine Kameraden! Rieser Feindbeschluss! Ja! Bereit für Befehle! Bunker hier! Einsatzbefehl bestätigt! Was für Leute hier sehen! Bunker hier! 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 Lieber schnell reparieren! Wir haben schon Schlimmeres repariert! Wir sind hier, um zu dienen! Wir beheben die Schäden! Ich bin bereit, das Imperium zu verteidigen! Ich werde das hier zu Ende bringen! Für meine Kameraden! Was benötigt der Kalt? Los damit! Bunker hier! Erwarte Befehlungen! Vor und Kraft an! Was benötigen Sie? Was benötigen Sie? Ich kann das reparieren! Nicht auf mich! Die einzig wahre Art zu reisen! Wie kann ich helfen? Ich mach mich auf den ein leichtes Ziel! Primärziel abgeflossen! Endlich! Geschafft! Sehr gut! Das hätte ich nicht gedacht! Danke! Allein hätte das keiner überlebt! Nun zu Zubov! Ist Yannick noch bei ihm? Ja! Und ich hoffe... Was zum... Also los! Was immer Zubov vorhören! Es kann nichts Gutes sein! Herr Kommandant! Ich muss Sie informieren, dass... Da sind Feinde im Anmarsch! Das! Gebt uns Deckung! Wir stoppen Zubov! Nach Ihnen! Es ist aus! Sie haben verloren! Heute haben alle verloren! Was? Was ist hier los? Was haben Sie getan? Koronel Zubov, nehmen Sie bitte die Waffe runter! Was zur Hölle machen Sie hier, Gunther? Dasselbe wie immer! Ihnen in den A-Städten! Sie hätten kommen sollen, bevor der Narr versucht hat, die Fabrik mit Gewalt zu erobern! Er hat das Icarus-Protokoll aktiviert! Icarus? Wir kamen der Sonne zu nah! Jetzt müssen wir alle trennen! Das ist... ...Fan... 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 Das geht nicht! Er ist unbemannt! Er lässt sich weder steuern noch deaktivieren! Er sammelt unvorstellbare Mengen elektrischer Energie und gibt sie dann mit einem gigantischen Feuerstoß ab! Alles Metall im Umkreis von 20 Kilometern wird schmelzen! Wir werden zurück in die Steinzeit versetzt! Aber im Umkreis von 20 Kilometern leben Zehntausende von Menschen! Wie schon gesagt, ich wünschte der Kolonel und seine Truppen wären nie hier erschienen! Wir müssen das Ding aufhalten! Genau! Das geht nicht! Versuchen wir es! Bin dabei! Puckt wir! Püriere! Püriere!